so sind wir jetzt hier beim großen finale genau geht weiter wir sind meistens schon der dinge ich habe die frage und platz 3 gewonnen der gesehen und jetzt kommt das große finale und dann schieben gerade an der sand schreiben irgendwo konnte schon aufschreiben sie muss noch hier einmal habe ich ja schon gemacht so hier sind wir schon die platzierung halt alles weiß noch frei machen wir jetzt und halt dritter und der mai kalt vierter und genau ja jetzt kommt habe ich bin jetzt um große finale und dann auch noch die preisverleihung und das schlachten der booster das kommt der preis pool schlachten und auch schon sagen woche schwarze mal starkes finales match 1 und das tollen betreffekt turnier 2 ob ihr natürlich sehr knächtig hier ich hoffe ich habe mir alle besitzt euch gefallen und ja ich denke mal schon war ja große anfragen das ist noch eine finale wir werden dass wir noch mal machen das war nicht das letzte mal gewesen also hatte gesehen dass es sehr beliebt war das auch mit dem fehler das macht echt bock ich bin das echt noch machen das macht wirklich spaß auch wenn man sich die bettel kids da kaufen kann einfach mal gucken laden wurde noch bettel text gibt dann kauft euch einfach zehn stück oder so und dann weiß was immer sehr lustig und da war mal die glückte karten sind mit denen man nicht so viel drauf ist und einfach mal alles machen kann kann woher 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 perfekt Tore da kein Wähler da gibt es die aus der Hand okay dann muss ich wieder anfangen mit einem Hp-Federwisch und 3 Sets wegschießen so obwohl Wartmann ich mach Urteil das kostet 4.000 ich muss aber leider deine Hoffnung nicht machen denn ich hab noch ein Habib einfach 2 ganz greist Schnappschall und Ego Schub und da hab ich schon mal 4.000 verloren und jetzt kommt es wahrscheinlich noch mehr ne so viel ist es nicht es ist bis jetzt mal nur ein nur sag ich mal nur ein dummkaliber night mit 1.9 über die Tour Guide dann kriegst du nur noch schaden und Tour Guide ist weg kennst du ja ne? die Gier zerstört und aufsetzt sich mit weg ob ich noch eine Handkarte Fehlerwisch war so mies, sorry Fertig? tut mir leid, der war echt assi Goppel Elite Force oh, der Trampelschall oder? ja dummkaliber Angriff effekt negiert dummkaliber negiert Elite Angriff Verteidigung set und du hm? 1.5 haben die Verteidigung Fehlerwisch Schade, war mal ein Plastus Chain Fertig? dann zieh ich mal so, wie war schon der Robby? Nase, Passion, ich wollte noch schreien das stimmt, komm ich schreien wo ist genauso schlecht mit dem Ziel so, dann 2-2 wo sind noch lieben bleiben? ne, ne, die können eine Runde, warte mal, warte warte ah, okay, ne Gott, rechts sorry, sorry, kann ich schon wechseln ne, kann ich schon wechseln zwei Runden eher erst in seiner nächsten zu können dann opfer ich die einfach weg für ein paar Schad so paar Schaden mit 1-2-Anker ich mach' ich mach' Finish Chain, oh ja und das ist natürlich assi das kann man machen, ne ja, dann du das natürlich hart finish Chain so Hobby ist dran ich hab' überlegt könntest du machen aber dann hätt' ich dir halt nur noch einer also kannst du eigentlich aktivieren graceful? okay 3-2 3-2 und 2 abwerfen genau 1 ach, ne geile Karte 2 ach, sie mich geil siehst du siehst du ich muss die 2 abwerfen aber ist alle weg was war das? Doom und Krimanetischer für Zambira okay und der kann verständlich an, ne? gut, dann sind 200 Schaden für mich und die Kette ist weg ja so, und der kriegt 200 weniger fertig? ja dann zieh' ich mal und komm zahle, zahle, zahle mh 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 fuck 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 mh mh ich darf ihn direkt angreifen, ne? zahle mh 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 Joa, bisschen behindert. Könnte besser sein. Muss ich beenden. Ich will sie weg. Hm. In Basu. Anso? Anso? Ich will meinen Kopf auf Bänder. Fertig? Ja. Zieh ich. So. Ja. Schau ich noch in meinen Friedhof rein. Ah, die Zauberkarte. So. Ich mach keinen Schnappstoff. Ich hab keinen Scheiß gezogen. Ich auch nicht. Also den Asizialstreiß hab ich nicht gekriegt. Nur Tourgeist. Ganz facile für Tourgeist. So, dann spiel ich autonomisch Action Unit. Kostet mich 1,5. Und ich kann deinen kybernetischen Magier-Friedhof speziell beschwimmen. So. So. Jetzt kann ich eine Handkarte abwerfen. Und ein Monster vom Feld bekommt 2000 ATK. Also wird die ATK mit zu 2000. So. So. Spiel ich Blue Thunder. So. Aktiviert sein Effekt. Werfen ich gerade ab. Und jetzt werden... sein... sein ATK hat 2000. Mhm. So. So. Battlefeder. Battlefeder Doppel K.O. mit ihm. mit 2000. Ich mach was. Ja. Doppel K.O. Also wird entfernt, genau. Ähm... Blue Thunder. Über ihn. Ja. 100 Schaden für dich. Kriege ich einen Token. Ähm... Brauche ich einen Würfel. Moment. Ich mach's alles hier um. Token. In Angriff. Mit 1,5. Gewöhnlicher Magierangriff. Zylinder. Das sind 2,4 für mich. Autsch. 2,4 ist natürlich mies. Der kommt mit drüber mit dem anderen. Leg ich eine verdeckt. Und du bestanden. Probiert noch eine Karte. Und sein... Sein Zambi war mit 1,9. Ja. Da bohrt noch 1,4. Und dann... 3,9 hab ich noch. 3,9 hab ich noch. 4. Da hab ich noch 2,4. Zylinder. Ja. Du hast ja noch 2,4 abbezogen. Ja. Ja. Irgendwas hab ich noch. Du hast noch 1,5 für den Auto Unit. Ah ja stimmt. Dann muss ich 1,5 bezahlen. Dann hast du noch 3,9. Ja. Ja. 3,9 für Debo. Ja. 3,9. 2,3. 2,3. Ja. Das ist schon wieder mit dir. Das ist ja die Wunder. Ja. Ja. Kein Problem. Wir sind ja faire Spieler. Ich hab es schon spät. Ich komm hier mal. Na, heute ist der spät. Das ist schon gut. Ja, bis Viertel nach 2. Morgens. Wir duellieren noch. Das muss halt sein. Angriff Token. Ja. Das sind 400 für mich. Deine. Geht ihr dann 8 weniger? 200. Ich glaub, bei uns ist das auch schön, ne? Zieh ich. Ja. Das sieht natürlich dann sehr böse aus. Ich würd sagen, das ist dann meine Runde. Halving Robot for Combat. Und Überlaufer. For Game. Nee. Nix harsch. Ich mach noch ein Exit und dann war's das. Okay. Dann 1-0 für mich. So. So. Im zweiten Match. So. Ich dachte Robi wieder anfangen. Ich dachte nie anfangen. So gemein. So gemein. So gemein. Nee. Du bist jetzt einmal anfangen. Ja stimmt. Ja stimmt. So. So Robi. Viel Glück. Ja. So Robi. Ja. So Robi. So Robi. Ja. So Robi. So Robi. So Robi. Was. Das ist schon schnell wieig. Alles klar. Und Robi das Soile eröffnet. Mit M-Pot. Guter Anfang. IP15. Oh Craze full. Oh. GameBreaker. Robi ist Deckmaster. Er holt sich auch die Deck Master. die antriebskollung logisch jetzt gehen wir zaubern mein freund jetzt gehen wir zaubern falls meine kamera ausgeht nicht wundern ja auch nicht also akkus nicht mehr so viel wie wird er merken was jetzt noch etwas weiter gar nichts effekt ich habe ja ja ich bin er muss das spott gespielt du kannst du jetzt schon ja ja der unterstieg so spät danach wir sind nicht mehr ganz das wird passieren ja so was kommt das gewollte merkt leider eine zeit durch den blut von der angewalt sieben ja durch das schon solide z und jetzt auch schon hintergrund nach schwärmer aktiviere ich mein tag bleibt doch schon karte ziehen ich muss jetzt kommt jetzt das geht ja der 2 geht nicht das geht direkt auf dem Weg nicht das geht leider nicht das hat er den Weihnachten so machst du eine set noch eine set und noch eine set zieh ich sehr 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 Blue Thunder Angriff komm du bist du was Finish Chain Schade wo ich dieses Ding durchbekommen definitiv spiel ich den aus kommst du auf dir was dem Kaliber tja könntest du theoretisch machen wenn du die Runde nicht rausbekommen hast ok wir haben es verlanden auf ihn kein K10 ist weg dann gut dann mach ich noch ein Sheepcrush auf den dann ist der weg den Plan leider für nicht gemacht sicher hier ja so mhm dein turn zieh glaube ich nicht ne verbiratet ne ne hab ich schon mal bestimmung gemacht mhm changing das und ich die Hälfte dabei und du kriegst die Hälfte Artikel du 1 schaden ne ne kriegst du den schaden oder 1 du ne 3 3 3 3 1 3 das sind 1550 so schon fertig schon fertig dann 4 7 50 also mir könnte es gleich die Kamera aussah bitte noch nicht wundern ja meine hält noch durch ja fertig zieh ich dann spiel ich seelentausch urteil ok das kostet dich 25 375 2 2 2 8 2 875 ne verdammt 20 2 3 75 so 2375 ok urteil hat er gespielt da kommt die Koppel und Elite in Forms der hat 3 1 ne gut mach ich den Verteidigung dann treffen die an das sind 1 2 für dich perfekt nach dem damage schaden wenn die gekämpft haben Verteidigung wo ich kann auch sich ein Exit lohnt ich glaube es aber nicht ne ich habe ja hier nur auch die Zen Meisters die bringen ja auch nichts ne das ist ja Käse dann ein Besuch dran u U ahh u u u u u u u u ich mache doch schon gespürt ja das ist gut angewürgt der dorsche entscheiden oder in angriff über 200 weniger und einst und direkt nach dem drücken alles klar nehme ich. Fertig? Ich kenne das auch weg. Fertig? Ja. Genverserter Kriegswolf. Ja. Dann greift der mal an mit... Das ist aber nicht. Sehr knapp. Neh, Blue Thunder. 300. Daraufhin noch 875. Ja. Knappe Geschichte das hier. So. Ähm. Bähnlich. Du hast ja nix wo über den anderen Treffer gebogen. Nehm, dann komm ich drüber raus. Ja gut, so sinnvoll ist. Ja. Die Axt ist weg. So. Ja. Und dann angefangen. Tausend für mich. Und eine. Bin ich Gottmann. Jetzt brauche ich was. Hm. Na schauen wir mal. Das ist schon sehr... Schauen wir mal, was wir da haben. Hageki wäre schön gewesen. Die kam heute nicht weil sie kommt. Schade. 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 Ist nicht viel im Angebot. Ist nicht viel im Angebot. Das ist schade. Den. Der Effekt. Ich kann ihn normal beschwören ohne Tribut. Dann hat er 1,9 und halt, ja, Level 8. So. Da bist du dran. Hm. Das ist neis. Dum Kalibur? Okay. Dum Kalibur? Okay. Dum Kalibur? Okay. Dum das? Ne. Dum Kalibur? Okay. Ne. Die Verhältnis 9 hat der Fall. Weitere 2. Bei den 2. Doppel? Okay. Doppel? Okay. Doppel? Okay. ich muss dann lauter noch tapfer jetzt noch action unit machen kostet 15 und muss mir was ich mir so knappe geschichte das hier für mich überlebe ich noch 100 fertig in fast das tor Maschinen Fortress Leider kein Überläufer von oben Schade Sollen wir noch eine kurze Pause machen? Okay, dann machen wir kurz ein kleines Switch Und dann geht es mit dem Hauptfinale gleich weiter Shadow Boons Kamera macht schlapp Ja, also wie gesagt, machen wir einen kurzen Cut Und dann geht es gleich weiter mit dem Final Game Robby und ich Und ja, seid gespannt Hallo